Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 18.07.2023 und unser DAX hat zum Montag den Tag genutzt, um hier wieder ein bisschen was aufzubauen am Strand und ist hier wieder ein bisschen hochgekommen. Er hat eigentlich das gemacht, was wir von ihm wollten, allerdings war das eher von mir so ein gedachtes Vormittagsprogramm, muss ich sagen. Das hat er jetzt auf den ganzen Tag ausgeweitet und zwar dieses Springen zwischen 16.026 und dieser 16.070, 16.100. Da hat man gestern gesagt, dass das passieren kann, dass er wahrscheinlich von hier unten, also erstmal hier noch runterstößt, weil das ja noch fehlt, hat man gesagt, dann von dort bestimmt erstmal wie er reagiert und dann aber auch tiefer taucht. Und dieses Tiefertauchen fehlt hier tatsächlich mir jetzt noch ein bisschen. Wäre mir jetzt auch noch zu kurz, wenn man die Aufwärtsbewegung anschaut, wie viele Tage Ausprägung die hat und wie jetzt die Erholung runtergekommen, ja doch, nee, es ist nicht Erholung, sondern Korrektur. Wenn der Markt abfällt nach einer angestiegenen Bewegung, sagt man Korrektur. Wenn er ansteigt, nachdem er gefallen ist, dann ist es eine Erholung. Also formal richtig, die Korrektur ist mir zu kurz. Würde deswegen schon mir vorstellen können, dass wir am Dienstag hier tatsächlich auch noch einmal drunter setzen. Der Kanal liegt jetzt bei 15.990, ja, sollte man ein bisschen im Auge behalten. Und ich würde wirklich denken, der rupft da einfach mal drunter auch, um die Leute zu verunsichern. Das hat sehr gut dazu beigetragen, die Leute zu verunsichern, sind auch ganz schön auf Long getriggert jetzt hier auch in dem Moment wieder, waren hier unten am Tief schon eher mehr auf Short gestimmt. Also ich glaube, der hat schön mit den Leuten gespielt, obwohl er eigentlich in einer relativ kleinen Range hin- und hergesprungen ist. Ich hatte auch persönlich den Eindruck, dass er viele an den Eiern hat. Ja, das merkt man insbesondere beim Chat auf unserer Seite, money-monkeys.com. Ähm, wenn die Leute anfangen, sich gegenseitig so ein bisschen anzukeilen. Das hat man an Tagen, ähm, wo der Markt, sag ich mal, normal aufläuft und die Leute nicht bedrängt. Also wo er formal dann auch sauber läuft, da keilen die Leute nicht gegeneinander. Wenn er aber anfängt, die zu nerven, psychologisch betrachtet, durch die Bewegung, die er abläuft, dann merkt man das immer an den Leuten, weil sie dann so ein bisschen gereizt sind, genervt und angepisst. Und wenn dann irgendeiner kommt, der sagt, er hat das gewusst oder er hat hier einen guten Gewinn, dann springen die sofort an die Decke, kriegen einen dicken Hals und, 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 und müssen sich auch viel Luft machen. Das ist aber immer so. Das ist keine schlechte Charaktereigenschaft oder so. Das ist der Markt, der macht das mit uns, ne, der provoziert und zickt und jeder, der sich emotional dem Markt ausliefert und das noch nicht ausreichend trainiert hat, diese Distanz zum Markt, der ist da einfach anfällig für. Da kann auch keiner was für, da muss man auch kein Böses sein. Naja, das ist halt einfach, das gehört dazu. So ist der Markt. Und dadurch, dass die Leute hier jetzt noch so angespannt sind, in dem Moment, wo der Markt ja eigentlich runterkommt, kann ich mir vorstellen, dass hier wirklich noch relativ viele Long-Trainer sitzen, die ein bisschen flatterig jetzt wären, in dem Moment, wo der Markt hier unten rumfummelt, weil sie Angst haben, dass der jetzt noch weiter runterkippt. Und ich fände es einfach super passend. Natürlich muss das so nicht kommen. Natürlich, wie haben wir jetzt jeden Tag quasi fast erzählt, es ist keine Garantie, wir sind keine Hälfte, wir wissen nicht, was kommt. Ja, aber ich fände es durchaus passend und würde, ich persönlich, würde deswegen unterhalb von 16.70 am Dienstag neue Wochentiefs einplanen. Ich würde einplanen, dass der hier nochmal durchsticht. Und das kann durchaus 9.40, 9.50 werden, kann aber auch sogar schon einen Tacken tiefer gehen. Also auch eine 15.900, Dienstagnachmittag, wäre aus der Distanz durchaus erreichbar. Insbesondere, weil er ja am Montag jetzt, nach der Exetereröffnung, auch schon nach unten weggearbeitet hat. Also, das würde passen. Ja, es würde passen. Aber ich möchte den DAX auf jeden Fall unter 16.70. Auf keinen Fall würde ich persönlich in einen ansteigenden DAX jetzt hier irgendwie Short-Position aufbauen, ohne Stop-Loss, weil ich mir sage, da kommt bestimmt eine Runde. Der Martin hat gesagt, da stehe ich nochmal runter. Nein, das würde nicht ins Bild reinpassen. Wenn der Stärke zeigt und er steigt oben raus und er geht über 16.100, dann lasst er in die 16.150 reinsteigen. Dann macht er hier wahrscheinlich nochmal das Gap zu. Ist hier ein offenes Gap? Ich glaube, hier ist noch ein offenes Gap. Das ist nicht ganz zugeworden hier. Wartet mal. Close haben wir 16.158. Da ist noch ein offenes Gap. Das kann er zu mal 16.150, 16.160 anlaufen. Dann haben wir hier oben 2.30. Die Kante hier bei 2.60. Also, der hat schon Platz. Und wenn die Kante hier oben bricht, treten wir auch für über 3.40 und 4.100. Und deswegen würde ich mich ihm nicht entgegenstellen, in dem Moment, wo er einen Aufwärtstrend nach einer Korrektur wieder anfängt, nach oben aufzutreten, würde ich mich nicht Short dagegenstellen. Wenn das umkippt und er zeigt prassliche Dummheit und zeigt wirklich Hardcore, dass er keinen Bock hat, weiter anzusteigen, wirft hier fette Umkehrkerzen in Ruhe, ja, dann Short. Aber nicht auf Verdacht in die Stärke rein. Das würde ich persönlich nicht machen. Ihr seid erwachsen. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Ich würde es persönlich nicht machen. Das ist meine Einschätzung. Und wenn er unter 16.70 wegtaucht, würde ich einfach noch mit einem neuen Tief rechnen. Und ich glaube auch, dass dann die Stimmung noch ein bisschen gereizter wird. Weil wenn das bisschen, der kleine Schuss hier schon ausreicht, dass da der eine oder andere ein bisschen aufkocht, dann wird es richtig interessant, in dem Moment, wo er hier runter macht, und dann kommen wir meiner Theorie langsam näher, die ich euch auch vorgestellt hatte, wenn die Bastionen nicht reichen oder nicht aufdrehen, und dann machten sie richtig den Puck, dass er vielleicht sogar noch ein neues Tief setzen kann. Na, und dann ist aber Polen offen. Also dann verlieren ja manche bestimmt richtig die Laune, weil dann einiges umkippt. Und deswegen auch mein Hinweis, den ich gesagt hatte, ich würde dann schon versuchen, wenn wir Umkehrsignal oder Schottsignal, jedes tiefere Tief, haben wir gesagt, im Grunde vielleicht ein bisschen long reduzieren. Würde ich auch weiterhin. Wenn er stärker zeigt, kann man das immer wieder aufbauen. Auch über 16.100, wenn er sich gut etabliert, 16.150 und so weiter. Ist ja fein. Aber ich würde es immer wieder abgrenzen, mich nach unten absichern, weil es liegt ein bisschen in der Luft, dass hier noch was kommen kann. Deswegen meine Orientierung unterhalb von 16.70, ich eher auf der Short-Seite, oberhalb 16.100, ja 16.100 kann man schon sagen, rein in die 16.150, 61.60 und 230 bis 260. Das sind die Ziele auf der Oberseite. Ansonsten noch der Hinweis an das Seminar. Ich habe meine Mails jetzt wieder im Zugriff. Ich mache auch heute jetzt noch jede Rückmeldung fertig, die noch drin ist. Ich habe schon mal durchgeguckt, versuche auch gleich noch die ersten Rechnungen gleich mit rauszuschicken. Für diejenigen, die schon zugesagt haben, wir haben schon relativ viele zu sagen, muss auch, trotz dass es online ist, das begrenzen, weil sonst funktioniert das nicht, was wir uns überlegt haben, mit den einzelnen Räumen und sowas. Also wir können jetzt nicht da hunderte Leute mit reinnehmen. Das möchte ich nicht und das machen wir auch nicht. Das wird trotzdem ein begrenzter Teilnehmerkreis. Das machen wir so wie beim letzten Seminar und deswegen ist dann zu, wenn zu ist. Und ja, momentan sind schon relativ viele drin. Punkt, Ende aus. Das dazu und andere Hinweise noch zu TradingView, also das Tool, was ich hier nutze. Die haben jetzt gerade eine Offer drin. Die machen immer zweimal im Jahr, glaube ich, eine große Offer, wo wirklich sehr, sehr, sehr gute Rabatte auf die Gesamtjahrespakete gegeben wird. Das sind jetzt, wenn ich es gesehen habe, bis zu 60%. Ich glaube, wenn du es ganz Jahresabo nimmst, dann das ist schon ordentlich. Also wer überlegt hat, mal hier bei TradingView vielleicht einen Link zu holen. Ich glaube, der allergrößte Mehrwert, persönlich für mich, den ich nutze, sind in den Premium-Modellen tatsächlich nicht die Live-Daten, die musst du eh extra bezahlen, sondern die Kurs-Alarmung. Das ist wirklich das, was ich am meisten nutze und die verschiedenen Chart-Layouts. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn ihr das für euch privat nutzt, dass ihr nicht ganz so viele Chart-Layouts braucht wie ich. Ich speichere mir halt hier, auch wenn Leute mich fragen, hier kannst du mir mal Adidas einschätzen, kannst du mir mal das angucken, guck dir mal die Aktie an oder die Aktie oder guck dir mal auf Euro, Gold. Und das habe ich hier alles irgendwo separat gespeichert mit 100.000 Linien. Aber das Schöne an TradingView ist, du kommst halt wirklich überall ran, auch für die ganzen Kryptos. Du kannst dir fast hier die Börse anzapfen irgendwo, kriegst die Kursdaten rein und es funktioniert halt so gut wie immer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass, na doch, ich glaube, einmal in den letzten drei Jahren ging TradingView mal irgendwie zwei, drei Tage nicht. Da hat das alles ein bisschen gedauert, so zwei Minuten, bis die Seite geladen hat, aber ansonsten super stabil. Und es ist halt wirklich ein gutes Angebot halt. Also 60% Discount. Ich würde euch einfach mal einen Link reinhängen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Wenn ihr das über unseren Link dann macht, dann kriegen wir auch noch einen kleinen Werbebonus. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich sage mal, kostet ja niemanden was. Wenn ihr es direkt über TradingView macht, stecken die sich das in die Tasche. Also ihr zahlt jetzt nicht mehr, wenn ihr es über uns macht. Ich würde einfach mal mit reinhängen. Wer da schon mal drüber nachgedacht hat, wer hat sich überlegt, was braucht er? Also ich werde mir auch jetzt mit dem Angebot wahrscheinlich das Premium-Paket wieder buchen. Ich habe hier Pro jetzt momentan drin. Da habe ich nicht ganz so viele Kursalarme und nicht ganz so viele Chart-Layouts. Das ist ein bisschen behindert für mich persönlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man für ein Privatgebrauch vielleicht gar nicht das Premium braucht. Da reicht vielleicht auch sogar das Pro, Pro Plus. Das muss jeder selber für sich ein bisschen einschätzen. Aber wie gesagt, die Kursdaten, um jetzt zum Beispiel den Xetra, auch diesen 3XJN, den ich hier habe, das ist nochmal extra. Das ist nicht in diesem Premium und in dem Pro einbegriffen. Das kostet dann nochmal, ich weiß gar nicht, was es extra kostet, 2,99, 5 Euro. Irgendwas kostet es nochmal extra, damit man das wirklich live hat. Auch die Aktien dann richtig, live, dann kannst du dir das alles dann angucken. Ja, aber guck da einfach selber mit rein. Ich wollte es bloß erwähnt haben, weil es ist wirklich ein gutes Angebot und wir machen das sonst immer auch, dass wir im, auch im, na wie heißt das hier, Cyber Monday im November, dann auch immer nochmal was rumschicken, weil der ein oder andere immer wieder darauf wartet und dann verpasst das. Das sind immer bloß ein paar Tage im Jahr, wo die diese Opfer haben. Und deswegen, könnt ihr euch mal überlegen, muss man nicht machen. Aber wer eh mit dem Gedanken gespielt hat, dann doch lieber mit 60% Discount als in einer Woche so zu buchen. Ja, Freunde, ich mache hier zu, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Tschö!